so dann gehen wir jetzt mal nach vorne also nicht wundern ich habe ja die Sound-Effekte bisschen leiserer gemacht weil die Wand ziemlich laut so der der Händen wird schon schön abgeknallt Eier ich glaube ich muss mal helfen erstmal gucken und dann Na komm 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 Ach da ist er so ich kill den jetzt Na komm 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 er hat Treffer so wenn selbst gekauften Panzer finde ich es immer viel besser zu schießen so was hier noch einer da hinten kommt redig was machen die denn da unten Watt der Fock der hat mich abgeschossen ja dann dreh dich doch mal alter ach so der ist dahinter alter wir sind nicht mehr so viele so und Feuer ja die Kinder in den schönen ab die roten unserem Neher wird sie die ständigen so farb wie also ich empfehle nur das Spiel zu download also einfach im Internet eingeben World of Tanks download dann download ihr das und dann habt ihr das nur noch registrieren dann könnt ihr auch spielen so kommen der ist nicht so stark deswegen fährt er mal so langsam hau ab olle so was hat der denn für eine Schusskraft ojojojojojoj der wird über der wird gesch geschossen boah jalla 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 nein was ist mit meinem Sensor scheiße was ist das Wieso bin ich schon wieder tot? Also, Leute, ich mach wieder einen Cut. Bis gleich. So, Leute, wir haben wieder verloren. Aber richtig hart verloren. Aber guckt, wie ihr seht. Jetzt hab ich Prama getroffen. Jetzt hab ich 2006 Euro gekriegt. So. Oh, mein Panzer ist kaputt. Dann muss ich den reparieren. Bezahlen. So. Waren. So. Ähm, was kann man denn hier neu kaufen? Ähm. Ja. Kann man hier ein Kurs vor? Aus. Ach so, okay, das ist das. Was ist das hier? Ach, ja, genau. Genau. Aha. Aha. Auf Lager. Verkaufen? Nein. Ähm. So, dann steigen wir mal in den hier wieder. Kann man irgendwas verbessern? Ähm. Oh, nee. So. Okay. Ab ins Gefecht. Wie ihr seht. Also, ist schon der Zweck. 1085 Spieler warten. Oh, nee. Ähm. Zum Spielen. Oh, nee. Das schon wieder. Wo ich am Anfang gestorben bin. Ein, einer fehlt noch bei uns in der Gruppe. Er muss auch gleich kommen. Ja, jetzt ist er drin. Schreibe ich mal wieder los. Und. auf die Plätze. Fertig. Und. Los. So. Ich nehme wieder meinen, ähm, meine Position ein. Wo ich ja auch am Anfang drinne war. Hier. So. Einfach reinbrettern. Okay. Dann ziehe ich mal. Und dann gucke ich mal, wo einer hier ist. So, da. Noch nicht mal getroffen. Ja, jetzt habe ich getroffen. Oh, der ist aber geschickt. Komm. Ja, Treffer. Treffer. Nein. Alter. Ich muss ja verschwinden. Er hat mich gesehen. So, da ist einer. Alter. Streifschuss. So, da hinten ist einer. Den schnappe ich mir. Nicht. Hm. So, dann gehe ich wieder da hin. Ja, die haben den getroffen. So. Okay. Und Feuer. Okay. Gestorben. Dann ist auch noch einer. Und richtig ziehen und voll. Ja, Junge. Warum, oh. Der so behindert. Guck, ich schieß zu und der fährt vor mir. Und ich treff den. Ja, komm hoch. Oh, da ist einer. Ah, der ist schon tot. Sind die bescheuert und fahren alle... Oh, nicht unsere abschießen. Jetzt fahren alle vor. Mhm. Der ist auch kaputt. Fahren jetzt alle vor. Mann, sind die behindert, ey. Ja, wie die wollen. So, zielen und Feuer. Ja, tot. Okay, wie die wollen, jetzt gehe ich auch mal vor. Feuer. Einfach mal draufschießen. So, jetzt bin ich schon mal nicht tot. Also, unsere Leute sind schon zwei Tote. und bei den anderen sind schon drei, sechs, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf, glaub ich. Zwölf Tote. So. Okay, Leute. Ich beende jetzt meinen Part. Und, ähm, vielleicht könnt ihr vielleicht einen Daumen hoch geben oder was in den Kommentaren schreiben. Und, ähm, ich hab jetzt eh gewonnen, weil wir das jetzt erobern. Danke viel Zuschauen und bis bald. Tschö.